Wir werden hier nochmal wiederholen. Wir sind vorangegangen zu der Ersten Weltkriegsgeschichte. Zu dem Punkt, wenn wir diese Präsentation abschließen werden, werden wir halbes Weges sein von den Unterrichtsstunden, die ich hier halten werde. Es gibt hier vier Schlüsselthematiken. Oder fünf. Wir sind halbes Weges auf unserer Präsentation. Und wir haben eins von fünf behandelt. Also wenn ich schnell vorangehe, dann tut mir das leid. Da ist einfach nicht genug Zeit, langsamer zu gehen, um mehrere Wiederholungen zu machen. Also ich werde euch einfach auf diese oder andere Präsentation zurückverweisen. Aber im Speziellen von unseren kommenden Thematiken werden wir schnell vorangehen müssen. Wir haben die Geschichte des Dritten Diadochenkriegs betrachtet. Wir sind zu der Geschichte vom Ersten Weltkrieg gegangen. In der Geschichte des Ersten Weltkriegs würde ich vorschlagen, dass eine der Hauptgründe ist die Krise in Bosnien. Wir sehen Österreich-Ungarn hat diese Spannungen, die so in Serbien simmern. Und die USA hat simmernde Spannungen mit dem Irak. Wir sehen, dass Österreich-Ungarn Kontrolle über Bosnien übernimmt. Ein Einflussgebiet, das Serbien schon immer wollte. Die Vereinigten Staaten haben Kontrolle über Kuwait genommen. Welches ein Einflussgebiet ist, das der Irak wollte. Russland ist zu schwach, um ihren Verbündeten Serbien zu helfen. Und auch hier ist Russland wieder zu schwach, um ihren Verbündeten Irak zu helfen. Sie haben gerade im Ersten Krieg verloren. Und sie haben immer noch mit den Folgen zu kämpfen, eine Revolution. Also haben wir die 1908-Krise in Bosnien mit der Geschichte von dem Golfkrieg verbunden. Wir haben gesehen, dass aus dieser Krise heraus, im Ersten Weltkrieg sich eine Terroristengruppierung oder Organisation entwickelt, die die schwarze Hand genannt wurde. Und aus dieser Krise im Mittleren Osten sehen wir, wie Al-Qaida geformt wird. Am 28. Juni 1914 diese Terroristenorganisation unternimmt jetzt eine Attacke gegen Österreich-Ungarn. Und sie tun hier jetzt diesen Kronprinz Franz Ferdinand umbringen. Das ist eine Terroristenattacke. Das ist eine Terroristenattacke. Al-Qaida, welche aus diesem Konflikt hervorkam, am 11. September tut hier eine Terroristenattacke gegen Amerika, die zwei Hörnige Macht. Die Attacke am 11. September. Also dieser schwarze Handgang hat diesen Kronprinz getötet. Franz Ferdinand Die österreichische Regierung für viele Jahre wollte einen Krieg mit Serbien. Sie wollten diesen Krieg schon seit einer langen Zeit. Aber der italienische Premierminister 1914 hat in einem Telegramm geäußert, dass dieser Mord an Franz Ferdinand war die Entschuldigung für den Krieg, aber nicht die Ursache. Sie wollten bereits schon einen Krieg mit Serbien. Und in acht Jahren zwischen 1906 und 1914 der österreichische General der österreichische General Hötzendorf Hötzendorf fragte nach einem plötzlichen Krieg mit Serbien oder Überraschungskrieg. Und zwar mehr denn 25 Mal fragte er danach. Sie wollten einen Krieg mit Serbien. Und das gab ihnen nur jetzt die Entschuldigung dafür. Wenn sie diesen Krieg wollen, dann die Triple Entente entgegen. Ein dreifältiger Feind. Dreifacher Feind. Okay, Dreifachband Feind. Austria-Hungary sends an Ultimatum to Serbia. Also Österreich-Ungarn tut ein Ultimatum Serbien nun geben. Und sie tun Serbien nun sagen, diese Liste Folge zu leisten, von Dingen, die sie wünschen. oder es würde da Krieg dann geben. Der Rest von Europa fühlt sich, dass Serbien diese Liste von Forderungen entgegengekommen ist. Also der Rest von Europa fühlen sie nicht danach, dass dieser Krieg jetzt unausweichlich wäre. Und sogar noch mehr, dass viele denken, es wird kein Krieg geben. Austria-Hungary sends Serbien ein Ultimatum Österreich-Ungarn hat Serbien ein Ultimatum zukommen lassen. Serbien hat die meisten Forderungen darauf eingegangen, aber nicht alle. Und die anderen Leiter meinten, dass dies ausreichend wäre, um jetzt einen Krieg anzufangen. Einige waren hier sehr überrascht, wenn ein Monat genau auf den Tag nach der Terroristenattacke das Österreich-Ungarn in Serbien einfällt. Erinnert euch, Serbien ist unter dem Einflussgebiet von Russland. Dies fängt an in den Ersten Weltkrieg an. Nach der Terroristenattacke vom 11. September tut die Vereinigten Staaten teilweise das dem Irak anlasten. Sie wollten schon lange einen Krieg mit in dem Irak. Und der 9.11. war nur die Entschuldigung dafür. Es war nicht die Ursache. Und die Vereinigten Staaten hat ein Ultimatum dem Irak gesandt. Wir haben hier zwei Ultimaten in dieser Geschichte. Man hat drei Verbündete, Deutschland, Frankreich, Russland, die ein Ultimatum dann der USA gestellt hat. Das haben wir von dieser Geschichte gelernt. Aber wir sehen, dass die Vereinigten Staaten ein Ultimatum dem Irak gaben. Saddam Hussein tritt zurück Es sollte zurücktreten oder es würde da Krieg geben. Davor gab es noch andere Forderungen für Disarmung die Abrüstung Irak hatte die meisten dieser Forderungen erfüllt. Ich möchte hier zitieren von einem Artikel Das ist vom Januar 2001 und sie zitieren hier den Finanzminister Er sagt Das Wegnehmen von Saddam Hussein ist für George Bush eine Priorität. Das ist im Januar 2001 schon noch lange vor dem 11. September Er sagt Es ging darum hier einfach irgendeinen Weg zu finden den Saddam Hussein zu überwältigen und er zitiert hier den Präsidenten dass er sagt Geh und finde mir einen Weg dies zu tun im November 2001 also das ist jetzt nach dem 11. September da gibt es jetzt einen Konflikt einen Streit zwischen Bush und Rumsfeld und Bush erzählt zu Rumsfeld was hast du denn in Bezug auf Pläne für den Irak Ich möchte Ich möchte einen Kriegsplan Ich möchte dass du dich darum kümmerst und ich möchte und ich möchte dass du es geheimhältst und im Januar 2002 da haben sie einen Al-Qaida Trainer gefangen genommen und sie haben ihn gequält die CIA hat ihn gequält bis er gesagt hat dass es eine Verbindung zwischen 11. September und dem Irak geben würde und im Februar 2002 das ist jetzt Senator Bob Graham jetzt wird auch er zitiert ich wurde von einem der Senior Kommandeure gefragt von der Zentral-Kommand-Zentrale um in sein Büro zu gehen wieso taten wir das und die Tür war geschlossen und er drehte sich zu mir hin und er sagt Senator wir haben aufgehört den Krieg in Afghanistan zu kämpfen wir tun jetzt das Militärbewegen und auch unsere Materie-Kriegsmaschinen aus Afghanistan heraus um jetzt uns vorzubereiten für einen Krieg mit dem Irak das war früh im Jahre 2002 das war jetzt ein Plan ein Ziel schon lange vor dem 11. September die Terroristen-Attacken war jetzt die Entschuldigung nicht die Ursache ein Ultimatum wurde gesagt die Forderung war die Waffen aufzugeben und gemäß der UN gingen sie ihnen eigentlich recht also taten sie der Forderung gut nach unter diesem Programm aber George Bush stellt ihnen jetzt dieses Ultimatum er gibt ihnen zwei Tage Saddam Hussein und seine Söhne der Macht zu entfernen oder dass sie dann ansonsten attackiert würden bei 280.000 amerikanischen und britischen Soldaten Truppen als die Vereinigten Staaten in Irak einfiel dann tun sie die Einflussgebiete des Königs des Südens attackieren ich möchte dass ihr hier aufmerksam seid was wir das letzte Jahr gesagt haben wir haben den Zweiten Weltkrieg gesehen wir haben hier eine Anwendung getätigt wir haben 2014 gesehen 2016 2018 2019 Panium wir haben den Zweiten Weltkrieg in diese Geschichte mit einfließen lassen wir haben gesagt im Jahre 2016 kann man den Anfang markieren den Krieg an welcher Front so das ist jetzt der Anfang des Krieges an der Westfront im Jahre 2016 2019 ist der Anfang des Krieges an der Ostfront wie sieht denn dieser Krieg aus wie sieht denn die Ostfront aus worüber kämpfen sie denn wir haben vermehrt gesagt dass sie über Einflussgebiete kämpfen es geht alles über Einflussgebiete so von 2019 von der Schlacht von Raffia bis zum Schlacht von Panium es ist die Ostfront vom Zweiten Weltkrieg und sie kämpfen über die Einflussgebiete viele von uns haben den Nutzen gesehen oder die Notwendigkeit gesehen in den letzten Monaten mit der Geschichte vertraut zu werden im Speziellen die Geschichte der letzten 30 Jahren wir schauen Dokumentationen an wir haben Artikel studiert wir haben gesucht um das Aufkommen von Putin zu verstehen das Aufkommen von Trump und während wir diese Dinge untersuchen sind wir in so einige wichtige Ereignisse eingetaucht ich werde einige davon aufbringen wir haben den syrischen Stellvertreterkrieg studiert wir haben darüber gesprochen dass Afghanistan ein weiterer Stellvertreterkrieg ist der immer noch stattfindet wir haben die Ukraine behandelt und Venezuela wir haben sogar die Antarktik besprochen all diese und andere kamen auf oder sind in der letzten in Geschichte die zur Zeit passiert sind diese Dinge passiert und in Geschichte die schon bereits vorgegangen ist also wo sind wir bereits schon drin gewesen also sie haben bereits schon über Einflussgebiete gekämpft also sie haben bereits schon für Einfluss, Übereinflussgebiete gekämpft 16 okay für die letzten 16 Jahre von 2003 bis 2019 also wenn wir sagen dass hier ein Krieg anfängt und dass sie über Einflussgebiete kämpfen was bedeutet das überhaupt denn sie tun ja schon über Einflussgebiete hier kämpfen wie können sie denn hier anfangen zu kämpfen wenn sie bereits schon für die ganze Zeit über die gleichen Dinge gekämpft haben also was erwarten wir denn hier an der Ostfront aus dem Zweiten Weltkrieg das wir hier sehen werden this is a war for spheres of influence this is a what war for spheres of influence war okay das ist ein Krieg über den Einflussgebiet but the Syrian war aber der syrische Krieg is a war for sphere of influence ist auch ein Einfluss ein Krieg über Einflussgebiete as is Afghanistan so wie es Afghanistan ist Ukraine Venezuela Venezuela es gibt auch Schreit über die Antarktik there is a reason Trump wants Greenland there is a reason Trump wants Greenland über ein Einflussgebiet but there is a problem or there is a problem we are already in it we are already in it we entered into that war in 2003 in Jahre 2003 sind wir in diesen Krieg eingegangen from Vladimir Putin's election die Wahlen als seitdem Putin Vladimir Putin gewählt wurde in the year 2000 he was attempting to work with the United States hat er versucht mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten er hat eine Verbindung mit George Bush entwickelt er hoffte dafür dass er mit George Bush zusammenarbeiten könnte und dass es da irgendwie so einen gleichmäßigen Respekt gegenseitig geben würde aber nach dem 11. September so nebenher nach dem 11. September der erste internationale Leiter der den George Bush angerufen hat und Hilfe und Unterstützung zusagt hat war Vladimir Putin und wie wird er behandelt George Bush hat sich nicht darum weitergekümmert was Vladimir Putin über Irak was Vladimir Putin über Irak sagte er wollte diesen Krieg haben aus Sicht gelassen diesen Krieg oder diese Arbeit von Putin um Amerika von diesem Krieg abzubringen George Bush also Vladimir Putin wollte ihn verhindern aber George Bush hat gesagt ich mach's doch da gibt es sehr interessante Dokumentation viele haben schon bereits von uns geschaut und diese heißt Putin's Revenge also die Rache Putins und es kommt von einem Sender Frontline und man kann das sehen dass er sich an den Vereinigten Staaten recht für zwei Gründe sozusagen für zwei Demütigungen eine ist der Fall der Sowjetunion der zweite war es der Krieg im Irak und sie sagen in dieser Dokumentation aus das ist der Krieg im Irak war die den Vladimir Putin dass sie ihn gegen den Westen nun einstellen ist dass er sich gegen den Westen eingestellt hat also von 2003 an nun im Jahre 2007 sagt er niemand fühlt sich sicher wegen diesem Verhalten von den Vereinigten Staaten dass sie andere Regierungen überwältigt ohne die Autorisierung der UN also es ist eine direkte Bedrohung für seine eigene Diktatur und an diesem Punkt im Krieg im Irak dass er jetzt anfängt zurück zu pushen wie Einflussgebiete so nun nun tut er sich in Syrien einmischen und als der West der Wladimir Putin sagt dass er das nicht tun sollte was sagt er tu nicht zu mir predigen du hast im Irak eingefallen er nimmt er nimmt und der West sagt du bist hier nicht am G8 Gipfel bekommen du hättest das nicht tun sollen und er sagt du hast ein bisschen in den Irak eingefallen wenn du in den Irak einfallen kannst dann kann ich in die Ukraine einfallen das hier war seitdem war das hier immer seine Ausrede wenn Amerika seine Einflussgebiete nicht respektiert und ähm sorry wo wieder somit ist er dann gegen sie angefangen anzugehen von 2003 an da tut sich dieser Streit entwickeln zwischen den Vereinigten Staaten und die Herrschaft von oder Rolle von Wladimir Putin George Bush weiß noch nicht mal was er getan hat er sagt wir haben Wladimir Putin verloren er ist jetzt ein Feind und ich weiß nicht wie das passiert ist er sollte es wissen weil es wegen dem Irak ist wir sind in dieser Ostfrontier so auch wie in dem Westen aber wir fokussieren uns hier auf den Osten seit 2003 das ist die Geschichte des Ersten Weltkriegs Österreich Ungarn fällt fällt in Serbien ein Nun die Bündnisse von Bündnis von Serbien agieren jetzt hier Russland und das wird zu einem Krieg zwischen Deutschland Österreich und Ungarn mit denen sie verbunden sind und dann gegen Russland die vom 28. Juli 1914 an beginnt und weiter geht erinnert euch was wir hier angemalt haben das sind genau die gleichen Prinzipien die wir auch schon für den Zweiten Weltkrieg benutzt haben diese Geschichte hier 1899 1899 bis 1945 ist welche Geschichte es ist die Alpha Geschichte des modernen Babylons die Geschichte vom Ersten und Zweiten Weltkrieg es ist diese Geschichte hier wenn es diese Geschichte hier ist dann ist eine Geschichte des Verfehlens wenn wir die Geschichte des Verfehlens anschauen und dann eine Anwendung auf eine Linie des Erfolges tätigen was muss man zu diesen schlussendlichen Schlachten dann tun was muss man damit machen man muss sie wechseln das ist genau das was wir im Zweiten Weltkrieg getan haben weil wir eine Geschichte des Fehlschlags aufzeigen und das zu einer Geschichte des Erfolges bringen wir machen das bereits schon intern wir wissen 1863 hätte das Zweite Kommen sein man tut das 1863 parallel mit dem Zweiten Kommen legen aber wir müssen es hier so wechseln sie sind fehlgeschlagen wir tun Erfolg haben wir machen das intern mit modernen Israel wir müssen das auch extern mit dem modernen Babylon machen also wenn wir den Ersten Weltkrieg verstehen wollen dann benutzen wir genau die gleichen Prinzipien die wir bereits schon für den Zweiten Weltkrieg benutzt haben den Ersten Weltkrieg und auch den Zweiten Weltkrieg sie sind Teil von der gleichen Alpha Geschichte die des Fehlschlags der Dritte Weltkrieg ist kein Fehlschlag es ist Erfolg so wie der Zweite Weltkrieg kommen wir zum Ersten Weltkrieg dann müssen wir die Dinge wechseln Deutschland und Russland haben diesen Krieg für einige Jahre schon gekämpft es ist ungefähr drei Jahre lang Deutschland entscheidet sich für eine neue Taktik sie wollen diesen Krieg an der Ostfront dass er zu Ende geht also tun sie sich jetzt für eine clevere Taktik entscheiden Deutschland tut jetzt hier einen Mann erkennen der sich in der Schweiz verbirgt nämlich Vladimir Lenin er war 14 Jahre lang im Exil in der Schweiz und Deutschland entscheidet sich dass wenn sie Russland besiegen wollen die beste Art und Weise dies zu tun dass man eine interne Revolution kreiert sie glauben nicht in seine Botschaft aber Lenin hat sich positiv gegenüber darüber geäußert dass der Krieg zum Ende kommen soll Lenin sagte dass er Russland aus dem Krieg heraushaben möchte also Deutschland sagt das Beste um Russland aus dem Krieg rauszunehmen ist wenn man Lenin in an die Macht bringt Deutschland nimmt jetzt Lenin von der Schweiz und sie tun ihn jetzt in einen Wagen verlassen und sie tun ihn abschließen oder versiegeln keine Fenster ist komplett versiegelt alles und sie senden Lenin jetzt durch Deutschland durch Schweden und rein nach Finnland Deutschland gibt Russland Lenin und weil sie diesen Zug versiegelt haben müssen sie sie ihn nicht legal registrieren dass er von Deutschland kam sie tun einfach ihre Fußspuren hier verwischen Deutschland finanziert seine Bolshevik Partei und sieben Monate später am 8. November tut er die Regierung überwältigen Ludendorff ein deutscher Politiker sagt Lenin wird die russischen Patriarchen überwältigen und dann werde ich ihn erwürgen und ihn und all seine Freunde das ist also ein Plan der Deutschen also während dieser Krieg voranging hat Deutschland einen Plan sie finanzieren Lenin und bringen ihn nach Russland hinein Lenin tut die Regierung überwältigen unter der Verheißung den Krieg zu den Frieden wiederherstellen zwischen Deutschland und Russland und er tut dies auch ja kommt zustande am 8. November 1917 da gab es diesen Konflikt zwischen Russland und den Vereinigten Staaten seit 2003 an aber es ist eine Geschichte des Verfehlens und da ist eine Schlacht im Jahre 2016 und wir müssen es einfach nur umdrehen umgekehrt machen wer gab den Trump jetzt zu Amerika das war Russland Russland war es der hinter Amerika war Russland tut ihn unterstützen es ist alles mit dem Zweck die Etablierung zu unterwerfen oder überwältigen von einem revolutionären Leiter und zwar von innen heraus und wann tut Trump das wenn wir über Diktatoren sprechen und dann sprechen wir über den 9. November da tun sie wählen sie haben am 8. November gewählt denn Trump hat gesagt wir haben diese schlechte Beziehung mit Wladimir und Putin und ich kann wieder die Verbindung herstellen zwischen diesen Ländern ist das gleiche Versprechen das auch Lenin gegeben hat also den Krieg außer Acht gelassen hat Deutschland Lenin und auch einigen seinen Freunden erlaubt wieder nach Russland einzugehen anhand eines oder durch einen Zug wenn man zu dem historischen Museum in Berlin geht gibt es Dokumente die diese Affäre beschreiben oder ein deutscher Politiker hat ein Telegramm nach Berlin gesandt es sagt Lenin ist sicher in Russland angekommen und er tut genau was wir wollten und er hat das getan am 1. November am 8. November 1917 und dann tut er seine Verheißung versprechen erfüllen und er endet jetzt den Krieg an der Ostfront am 3. März 1918 es ist bekannt als der Vertrag von Brest-Litovsk so wie Lenin es versprochen hat hat er den Krieg an der Ostfront beendet aber es war dass Russland viel verloren hat er hat seine Einflussgebiete verloren die Forderung von diesem Vertrag hat Russland ungefähr eine Million Quadratkilometer verloren ein drittes seiner Bevölkerung die Mehrheit seiner Industrie zum Beispiel Kohle Öl und Eisen Lenin hat diesen Vertrag die Schulden der Niederlage dass man praktisch Glieder von dem Körper abgeschnitten hat und Sklaverei und Demütigung das war am 3. März 1918 wir sehen dass hier Russland sich Deutschland unterwirft aber Deutschland hat seine eigenen Probleme sie haben immer noch die Probleme nämlich an der Westfront egal von den Konditionen die im Osten herrschten die Westfront ist ihnen nicht möglich einfach zu gewinnen sie fangen an müde zu werden und am 11. November 1918 das ist praktisch dieser Friedensvertagstag zu Deutschland aufgeben sobald sie hier aufgeben sich unterwerfen wird dieser Vertrag von Breslatov als ungültig erkannt oder annulliert alles was sie in diesem Vertrag gewonnen haben haben sie jetzt verloren der Erste Weltkrieg war schlussendlich jetzt endlich vorbei Deutschland hat sich förmlich unterworfen am 11. November 1918 alle Nationen hatten damit übereingestommen jetzt aufzuhören zu Kriegen während nun jetzt die Konditionen des Friedens besprochen werden sollten ich möchte dass ihr hier mehr aufmerkt das ist nicht das Ende des Krieges alles was sie hier nur getan haben dass sie hier einfach nur ihre Waffen niedergelegt haben gesagt haben wir hören jetzt auf uns zu begegnen der Krieg selber ist noch nicht formell zu Ende bis zum Jahr 1919 und hier der Vertrag von Versailles das ist wo Deutschland schlussendlich erkennt zu wie weit sie diesen Krieg verloren haben wir nennen das die tödliche Wunde Panium und dann hier den Tod das Sonntagsgesetz also der Krieg endet hier nicht an Panium dann müssen sie realisieren wie schwer wiegen sie eigentlich dann auch verloren haben sie erkennen das an diesem Vertrag von Versailles also wenn wir diese Geschichte studieren in der Geschichte von Zweiten Weltkrieg dann haben wir verstanden dass von 2016 an wo wir die Schlacht von Ipsos markieren also dann weitergehend dass wir anfangen müssen die Dinge hin und her zu wechseln denn eine Geschichte führt zu Erfolg denn eine Geschichte leidet zum Fehlschlag und die andere zum Erfolg also noch einmal werden wir nochmal durch die Anwendung durchgehen wir sahen die Krise in Bosnien dieser Konflikt ist eigentlich zwischen Österreich Ungarn und Russland da gibt es zwei kleinere Spieler Serbien Serbien und Bosnien dieser Konflikt da sieht man die zwei Supermächte die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion und dann gibt es zwei kleinere Länder Irak und Kuwait beide Geschichten da kann Russland nicht schützen es kann seine Einflussgebiete nicht schützen wegen den Aktionen des Königs des Südens werden Terroristen Organisationen geformt mit einem Hass innerlich die schwarze Hand tun Österreich Ungarn angreifen am 11. September haben wir Al-Qaeda die USA angreift Österreich und Ungarn tun ein Ultimatum zu Serbien stellen und die Vereinigten Staaten senden ein Ultimatum zum Irak Europa dachte dass Serbien die meisten Erforderungen die Österreich gestellt hatte nachgekommen und genug um den Krieg aus dem Weg zu gehen aber Österreich hat dennoch trotzdem den Krieg angefangen und genug von der UN dachten dass der Irak genug getan hätte um den Krieg aus dem Weg zu gehen aber die Vereinigten Staaten sind dennoch trotzdem eingefallen Russland tut jetzt hier Antworten und Vladimir Putin hat auch auf den Irakkrieg eine Antwort gegeben welches viel zu den Konflikten führte die wir in den letzten 16 Jahren sehen Nun können wir die Dinge wechseln wir sind jetzt im Krieg Deutschland hat Lenin nach Russland eingezogen Deutschland hat Lenin nach Russland eingezogen Russland hat Trump in die Vereinigten Staaten gesendet Lenin sagt dass er diesen Krieg zu Ende bringen wird und einen Frieden zwischen Deutschland und Russland machen wird Trump sagt er wird diesen Krieg zu Ende bringen und Frieden machen zwischen den Vereinigten Staaten und Wladimir Putin Lenin tut die Regierung überwältigen am 8. November 1917 erinnert euch es wird die Oktober Revolution genannt denn es gebrauchte sie so lange dass sie ihren Kalender verändern dass sie dann den Gregorischen benutzen würden den Kalender den wir heute benutzen die Oktober Revolution oder diese Rote Oktober ist eigentlich alles im November passiert also hier am 8. November tut er die Regierung überwältigen am 8. November haben die Menschen gewählt Trump hat die Etablierung überworfen Lenin hat seine Mission erfüllt indem er den Krieg am Osten zu Ende gebracht hat er macht Frieden aber es hat große Kosten verursacht wir müssen diese Wegmarke hier betrachten von einem Jahr zurück da haben wir uns momentane Ergnisse nicht wirklich angeschaut und wir haben diesen großen heißen Krieg erwartet und dann haben wir gelernt es wird keinen heißen Krieg geben sondern es wird einen Informationskrieg geben und zwar über Einflussgebiete Nun lernen wir dass dieser Krieg nicht an Raffia beginnt es endet an Raffia wenn man den Ersten Zweiten Weltkrieg kombiniert dann ist der Erste Weltkrieg dass es Krieg an der Ostfront gibt von 2003 an von 2003 an bis 2019 Raffia und hier endet es dann Frieden am Zweiten Weltkrieg es ist ein Krieg der Ostfront von 2019 der anfängt bis Panium und es endet dann in Panium während wir diese Geschichte studiert haben sind wir zu dem Verständnis gekommen dass dieser Krieg immer über Einflussgebiete geht aber wir kennen dass von diesem Krieg im Irak das sie das bereits schon getan haben in Syrien in Venezuela Ukraine und in der ganzen Welt was erwarten wir dass wir hier sehen ich würde vorschlagen Teil B wir haben bereits es schon gesehen wir waren bereits schon seit 16 Jahren da drin sie fangen an Raffia diesen Schlag nicht an sondern sie enden es denn Trump kam an die Macht mit der Mission und mit dem Versprechen dass er Freundschaft mit Putin schließen könnte aber es wird hier Kosten verursachen und in Panium werden wir sehen dass Russland verlieren wird wie wird Russland denn verlieren wie haben sie 1989 verloren sie sind überwältigt von innen heraus im Panium tut Russland verlieren alles was sie gewonnen haben wird ihnen wieder genommen verlieren sie und wie wir bereits schon erkannt haben Panium ist der Anfang des Falls und es ist am Sonntagsgesetz komplett der Tod Trump ist an die Macht gekommen dass er eine er hat versprochen dass es eine bessere Verbindung mit Russland geben wird er sagt die Menschen sind müde Konflikte zu haben und das ist genau das gleiche Versprechen das Lenin gegeben hat der Krieg fängt nicht an Raffia an wenn irgendjemand an diesem Punkt der noch nicht realisiert hat die Wichtigkeit die externen Ereignisse zu kennen und die letzten 30 Jahre der Geschichte zu folgen und wenn man immer noch denkt dass man eine massive Veränderung oder großes Ereignisse erwartet dass es eine ganze neue Seite öffnet in diesem weltweiten Krieg erinnert euch dass wir uns bereits schon daran befinden wenn Menschen die letzten 16 Jahre nicht erkannt haben dann wird es schwer für sie sein den Konflikt zu erkennen der kommt noch ein paar Punkte bevor wir schließen diese Geschichte aus 1918 ich möchte nicht in alle Details gehen ich werde es hier nur erwähnen wir sprechen über das Brechen des republikanischen Horns wir haben es 2016 markiert mit der Überwältigung der sogenannten Etablierung wir platzierten es an Raffia mit der Etablierung eines Diktators und wir können es auch wir wissen, dass wir es auch platzieren können am Sonntagsgesetz wir können eine andere Logik für jedes Argument bauen wir können aber auch aufzeigen wie es voranschreitend ist und in der Geschichte von 1918 und in diesem Friedensvertrag oder in diesem Waffenstillstand da sieht man diese Auflesung des österreichischen und ungarischen Imperiums und dieses zweihörnige Imperium kommt zum Ende und wir können das aufzeigen das Brechen des Republikanismus an Panium wir sind jetzt zeitig schon um das sind zwei mehr Punkte die ich machen möchte wir haben über die Art der Kriegsforum gesprochen wir haben mit dieser Thematik heute Morgen angefangen zu sprechen die Taktiken die benutzt werden denkt über den Ersten und den Zweiten Weltkrieg in welchem Krieg wurden die Waffen entwickelt es war im Ersten Weltkrieg dass diese Waffen demonstriert wurden und im Ersten Weltkrieg werden sie alle getestet und die Entwicklungen im Waffengebiet im Ersten Weltkrieg they invented the tank da haben sie den Panzer entwickelt chemical weapons chemische Waffen machine guns barbed wire Stacheldrahtzaun Submarines U-Boote diese waren alle bereits schon entwickelt vor dem Ersten Weltkrieg aber es ist im Ersten Weltkrieg dass sie jetzt hier die anfangen zu benutzen blimps those big helium airships oh ok Zeppelin Zeppelin danke welche dann Flugzeuge wurden Zweiter Weltkrieg sind die zwei gleichen Waffen meint ich jetzt sind sie dann noch weiterentwickelt worden weil zur Zeit wo man dann zum Zweiten Weltkrieg kommt in unserer Geschichte hat man das Informationszeithalter mit Facebook Cambridge Analytica diese Waffen werden alle noch mächtiger aber alles ist so was man im Zweiten Weltkrieg vorfindet existiert noch im Ersten Weltkrieg schon also wenn wir jetzt hier zu dieser Geschichte im Zweiten Weltkrieg kommen von Raffia nach Panium und wir uns im Zweiten Weltkrieg behandeln dann sehen wir eine neue Art der Kriegsführung visuell die bereits schon vorher benutzvoll es ist der Erste Weltkrieg der die neue Art der Kriegsführung demonstriert letzter Punkt wenn wir das jetzt hier zur Seite legen möchte ich eine Anwendung tätigen wir werden hier nicht ins Detail gehen wir werden es nur erwähnen in der Geschichte des Ersten Weltkriegs sehen wir Deutschland das Königreich Deutschland kann man aber auch einen König aufzeigen und wir sehen dass die ganze Geschichte hier Kaiser Wilhelm ist der König von Deutschland und ich möchte hier eine Anwendung tätigen Deutschland war geteilt in kleinere Staaten in den frühen 1870ern 1871 hat Bismarck die ganzen Territorien vereinigt und er tut das deutsche Königreich verein das ist Bismarck das ist Bismarck seine Arbeit war Deutschland zu vereinen und jetzt der Punkt acht Monate acht Monate machen wir einen Punkt acht Monate zurück hätten den viele nicht gemocht Bismarck hat Deutschland vereinigt er hat das Imperium aufgebaut wenn du ihm einen anderen Namen geben würdest man kann ihn Antigonus nennen derjenige des Imperiums vereinigt Bismarck war bekannt dafür für seine ganzen Allianzen Europa ging auf den Krieg zu und viele Länder wollten Krieg um den Krieg zu vereiteln tut Bismarck diese komplizierten Allianzen Formen Diplomatie mit verschiedenen Ländern und das tut den Krieg das tut diesen Weltkrieg um Jahrzehnte verzögern oder nach hinten rausschieben und er tut diese Arbeit von 1871 wo dieses deutsche Königreich etabliert wird bis 1890 und dann dieser arrogante junge König Kaiser Wilhelm übernimmt dann diesen Thron Bismarck hatte bereits schon von seinem Vater unter ihm gedient aber eigentlich war er derjenige der das Königreich geleitet hat Kaiser Wilhelm sagt ich mag dich nicht du bist eine Bedrohung ich möchte alleine herrschen und 1890 tut er Bismarck aus der Regierung rauskicken 126 30 Jahre weiter bringt es zu 2016 bringt es zu 2016 allianzen und man sieht ihn mit dem G7 mit dem G7 Gipfel mit kann conada with germany with germany seine Freundschaft mit der u.n Es ist bekannt für seine Allianzen Und eine dieser Alliance, welche wir beschützen hätten sollen, war das Abkommen mit dem Iran. Es ist nur einer, wo er einen Krieg vereitert hat. In 2016 hat man einen neuen jungen Regenten, der eine Periode, wo er allein herrschen kann, haben will. Und er tut Bismarck aus der Regierung rauskicken. Und Bismarck hat vorhergesagt, dass Kaiser Wilhelm Deutschland in Ruinen treiben würde. Und ich möchte hier zitieren, einige Geschichtsquellen, dass wie Kaiser Wilhelm II. regierte. Als er König wurde, hat er Deutschland auf einen neuen politischen Weg gebracht. Eine Periode, wo er persönlich regieren würde. Und er fing an, ihre Verbindungen zu zerstören zwischen Deutschland und ihren Auslandsverbindungen. Er ist bekannt für sehr spezielles Benehmen. Im Speziellen. Dass er sich in ausländische Angelegenheiten eingemischt hat. Aufgrund seiner Emotionen. Und er hat das deutsche Wort. Danke, inkonsistente Aussagen getätigt. In Deutschland's Verbindungen mit anderen Ländern. Also er ist nicht konsistent. Und er fängt an, Deutschland hier das Städte zu beschädigen. Was hat Trump gerade erst an dem G7-Gipfel getan? Er sagt, ich regrette den Handelskrieg. Es tut mir leid. Aber dann tut er es umdrehen. Und er sagt, ich habe das nicht so gemeint. Ich hätte sogar noch härter auf China sein sollen. Mit China. Also er macht überhaupt keinen Sinn. Hier nochmal wieder zitieren. Kaiser Wilhelm machte öffentliche Aussagen. Eine der schlimmsten. Dass er ein Interview zu einem englischen Zeitung gab. Und er sagt, all you englischen Leute seid verrückt. Verrückt, verrückt wie die Hasen. Und England wusste gar nicht, was er da machen soll. Da gab es auch Anschuldigungen. Skandale. Über die Sexualbenehm. Mit Männern in seinem inneren Zirkel. Es wurde geglaubt, dass er ein bisschen mental verrückt war oder beschädigt war. Aber was ihn speziell charakterisiert, ist, als er 1890 den Thron übernahm, dann glaubte er, dass er keine dieser Allianzen brauchte. Er glaubte, dass er Deutschland regieren könnte und Krieg verheitern könnte, basierend auf seinen persönlichen Verbindungen mit anderen Leitern. Er sagt, ich bin Freund mit dem russischen Leiter. Er mag mich. Deswegen würde er gegen mich nicht kämpfen. Er dachte, dass in jeder Krise er ja, managen könnte, basierend auf seinen persönlichen Verbindungen. Es wird gesagt, dass er gar nicht damit viel zu tun hatte oder beziehungsweise keine Ahnung hatte, wie die wirklichen nationalen Politiken funktionierten. Diese Charaktereigenschaft, dass er regieren kann aufgrund seiner persönlichen Verbindungen. Dass er Frieden mit all den Ländern hat, die ihn mögen. Möchte ich hier von den New York Times zitieren. Vor zwei Teiljahren. Es basierend auf dem G7-Gipfel. Sie sagen, für Donald Trump ist alles persönlich. Amerika ist seine persönliche Brand. Amerika ist seine persönliche Marke, sozusagen. Alles für ihn ist imagebasierend. Und es ist dieses Aufkommen seiner persönlichen Verbindungen. Als der dänische Premierminister ihn anschuldigte oder verletzte, sagt er, du kannst Amerika so nicht behandeln. Der Artikel sagt, sie sprach nicht zu Amerika, sie sprach zu dir. Sie hat nicht Amerika angeschuldigt oder beleidigt, sondern dich. Aber wenn Amerika regiert, wenn Trump regiert, basierend auf seinen persönlichen Verbindungen, da gibt es keine Trennung zwischen ihm und dem Land. Wenn man ihn sieht, seine Verbindungen mit Nordkorea oder Türkei oder Wladimir Putin oder Großbritannien und Theresa May, hat das nichts mit Allianzen zu tun, sondern es hat alles damit zu tun, wie er ihre persönlichen Verbindungen betrachtet. Das ist genau der gleiche Fehler, den Kaiser Wilhelm hat. Wenn man Donald Trump verstehen möchte, dann kombiniere die Charaktere von Kaiser Wilhelm und Hitler. Und das Bild ist dann perfekt. Aber man hätte Bismarck schätzen sollen. Wir werden nicht auf dieses Studium zurückkommen. Ich mag sein, dass es hier verwirrend ist, um zu sagen, dass der Krieg an Raphia endet und nicht anfängt. Wir müssen beide Weltkriege verstehen, um dieses komplette Bild zu verstehen. Es ist Teil A und Teil B. Wir wissen, was wir gesehen haben. Es ist sehr ähnlich mit dem, was wir sehen werden. Und wenn es kommt, dann werden wir verstehen, wie das aussehen wird. Aber wir wissen auch, dass die baldigen externen Ereignisse, dass sie auch so wichtig wie sie sind, und dass man ihnen folgen soll, dass nicht der Test in sich selber ist, den wir entgegensehen. Bitte folgt den externen Ereignissen. Es ist, wenn man ihnen nicht folgt, dass wir Vertrauen in unsere Reformlinien haben und dass wir verstehen, dass diese Dinge wahr sind. Aber die Schlacht selber ist nicht der Test. Wir werden jetzt die Geschichte der Weltkriege verlassen und wenn wir zurückkommen, dann werden wir in diese andere Diskussionen eintauchen. Lasst uns mit deinem Gebet noch niederknien und abschließen. Himmlischer Vater, danke für deine Segnungen, danke, dass du uns lehrst, nicht nur über die Zukunft, aber wir können zurück in die Vergangenheit schauen und verstehen, was bereits passiert ist. Bitte sei mit uns. Bitte tu uns nicht ablegen. Mögen wir in deine Leitung vertrauen. Wir bitten dich das. Amen. In deinen Namen. Amen. Musik